Willkommen zu einem neuen Video von mir. Dude, endlich jetzt. Ich habe jetzt tausendmal die Aufnahme versucht zu bärsen. Und ja, ich seht schon, ich bin hier unten. Also ich sehe es selber nicht, aber ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass ich hier unten irgendwo in der Ecke herumlogge, dass ich das ganze Scheiße mit Facecam machen kann. Denn ich habe hier herumgeguckt wie sauer, keine Ahnung, also diese OK mit dem, was ich das ganze Ding nehme, also aufnehme, es funktioniert. Nur es ist ja eine Katastrophe, dass ich das herausgefunden habe. Wie und whatever. Deswegen bin ich darauf gekommen, dass die fucking Aufnahme, also ich laber, das hat meinen Ton, kommt nicht mal von meinem Kopfhörer, wie ich das eigentlich wollte, sondern das kommt direkt von meiner fucking Kamera. Super, wa? Gut. Ich habe jetzt mich ein bisschen auch heller gedreht, falls man das sieht. Ich hoffe man sieht's. Ich habe hier nichts, wo ich das hier kontrollieren könnte. Deswegen habe ich jetzt tausend Aufnahmen gemacht, so ein paar Sekunden. Die Maus sieht ja anscheinend auch nicht, wollte ich aber. Aber ist egal, ist egal. Gut. Wir machen heute mal was komplett anderes. Und zwar ein Quizdingselbumsel. Denn ich habe bei Reefd, habe ich gesehen, nicht der Typ, der fliegt, sondern wer ist der Schlauste? Genau so rum. Und da waren die bei der Seite. Und anscheinend gibt es hier so verdammt viele Kategorien. Das ist jetzt auch sehr, weil ich nicht meine Kamera vor der Phrase habe. Keine Ahnung. Hier tausend Sachen. Ich habe jetzt einfach mal das hier als Anfangsdienst gemacht. Was ich jetzt mit verstanden habe. Hier gibt es tausend Sachen. Keine Ahnung. So eine Liste. Und da schreibt man halt irgendwas, was halt dann passt. Also so allgemein Liste und alles mögliche gibt es. WWE. Wenn wir uns jetzt mal die nächsten paar Minütchen damit unterhalten. Okay, was? Beziehungsweise, ich versuche einen zu halten und mich nicht komplett zum Affen zu machen. Weil das wäre ja nicht der neue, äh, nicht das erste Mal. Wie starten die Scheiße? So, was ist das hier los? Ach so, so war das jetzt hier. Okay. Äh, das ist... Ist das hier nach Dingsbums? Der Scheiß. Okay, sind in der Alphabet. Okay. Okay. Ja. Okay, nice. Ach, zu Heiliger. Warte mal. Was ist das? Das ist easy. Rapunzel. König... De... De... Easy. Mein Film. Äh... Papunzel. Das ist jetzt... Keine Ahnung. Scheiße. Das ist Aladin? Fuck. Äh... Das ist... Das ist die Scheiße und das Bies. Wo ist der Scheiß? Die Scheiße und das Bies, genau. Das ist Herkules. Susi und Storch... Scheiße. Nicht auch... Bambi... Nee. Dumbo. Wenn Dumbo. Da... Ariel... Eiskönigin... Ach, das ist das... Äh... Boah... Encanto? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht. Äh... Cinderella... Aladin... Bambi... Mulan... Peter Pan war irgendwas. Peter Pan war das andere? Mit dem Pirat? Okay. Äh... Cool, cool. Keine Ahnung. Brauchen wir nicht. Haben wir nicht. Sollen wir nicht. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Hab ich... Hab ich... Hab ich... Das ist... Das wäre jetzt mal das Thema. Aber ich wollte eigentlich wirklich, wo man was schreibt. Und zwar, deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Und geben mein Thema ein. WWE. Wie gesagt, also... Ihr seht ja seh... Ich hab hier schon... Also ich seh die Maus nicht. Aber ich seh's... Ich hab hier schon... Nur reingeklickt. Mal schauen, was hier alles genau war. Und deswegen... Ich mach jetzt einfach mal dieses WWE... Äh... WWE Champignons. Oh Gott. Wie aktuell ist denn der Scheiß? Ha, vor zwei Jahren bitte leben. Egal. Ich geb einfach alle ein, was ich weiß. Ich geb davon gar nicht hier. Gut. Fangen wir an. Äh... Äh... Leute... Oh Gott. Offensichtlichste... Reicht das? Nee. Ah, okay. Man muss nicht mal... Okay, sobald aktueller Champion... Das ist nicht mehr aktueller, siehste. Cody Rowe... Fuck you, Digi! Gut. Beste Leben. Passt. Gut. Okay. Hä? Doch. Eigentlich schon, aber okay. Okay. Puh. Too good, ey. Triple H. Okay. Sean Micros. 100%. Ja, will ich hoffen. Okay. Äh... Regentschaft 1. Oh bo bo. Ganz früher, ganz früher. Wie, äh... Das Ding macht... Macht schon Laune, ey. Herr Coben. Passt. Auch. Logischweise. Äh... Seth Rollins. Die ganze Schild-Dudes. Logisch. Ambrose. A... Jay... ...Styles. Oh, der war so viel Fünfzig, seit sie bezorfen. Ich weiß nicht mal wo ich grad hingehen soll. So wie früher oder eh jetzt? So jetzige Zeit gehen? God fuck you, Digi! Ich schreibe ich es falsch? Ja, wenn das wegen deinem Schreiben ist, dann flippe ich aber aus. Ich weiß nicht, wie wir denn das schreiben mit dem Scheißding... schreibe ich mit dem Scheißding? Das ist ja nicht das aktuellste Problem, ja, fuck you! Das ist ein früherer... Macho man, mein Gott! Randy Savage, reicht das? Ja, passt! Krogan, Andre... Wo gehört direkt Andre? Wo bin ich denn überhaupt hier, Gottverdammt! Boah, leck mich! Äh, der längste... Bruno... Scheiße... Sam... Okay, nice! Oh Gott! Ach! Sina! Logischerweise! Sina! Orton! Da sind wir doch, daheim, Digi! Sina Orton! Ric Flair, die 4 Horsemen, natürlich! Ric Flair! Ric, wenn man es doch nicht früher schreiben würde! Flair! Äh, puh! Du 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 du... Zwar an... 20... 22... Wir waren da champion, Digi! Alle WWE ch... Watt... Watt bedeutet WWE? Zählt hier Word auch? Ich hab keine Ahnung! Ich hab hier keine Ahnung! Der ist aktuell, deswegen wahrscheinlich ich zähl's nicht, aber... Oh mein Gott! Word... da da... Äh, Edge, Kane, Jeff, Sherry Crew, okay, ich mache auf jeden Fall danach, weil es nicht irgendwas komplett allgemein ist, was sonst scheiß, weil das ist irgendwie, nicht einfach, aber es ist halt in Ordnung. Okay, 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 ja, jetzt hänge ich, jetzt wieder rechtlich, oder? Jeff, Haku, ich habe meine Lieblingsschwerte, Leiby schon mal alle. Oh, poor Finn, Damien, boah, jetzt hänge ich, jetzt hänge ich. Eigenschaften 1, 17, äh, Big E, diese New Day, ah, ah, lol, ernsthaft, der ist ganz oben? Äh, Kofi, Kofi Mania, Bray, Brock, warum ist, warte mal, vielleicht Fiend, äh, Brock, nicht letzen, äh, Wyatt, Brock letzen, diese scheiß Zeit, Alter. Äh, ging, eine, Bray ging, Fiend, geht Fiend alleine? Scheiße. Sean, Undertaker. Danke. Undertaker, Undertaker, sind seine ganzen Gegner gewesen, Batista. Ich muss irgendwie, keine Ahnung, wie ich, äh, die Hälfte, die Hälfte, ich habe keine Ahnung. Zeit, das sind 22, boah, aber das Gute ist, es wird zum Glück alles aufgelöstern, Gott sei Dank. Boah, fick dich doch, äh. Elf, so viele bei elf. Boah, ich habe schon elf geschaut, ab elf habe ich schon geschaut, ich weiß nicht mehr, weil ich da alles geschaut habe, aber, boah, was wäre, Attitude Error. Äh, Chris, fuck, schreibt man dann, Benoit? Boah, was, okay. Pfff, was für eine, Drew McIntyre, die Corona, ja. Drew McIn, boah, fick dich doch, wie schreibt man denn? Mec, Drew, Mc, Kin, oh Gott. Richtig schreibt man ja, ja, das war gar nicht hier. CM Punk. Ah, CM Punk war das, das ist ein elf, einer von den tausend. Geil. welcome, dealer. Ich habe nicht mal die Hälfte, Alter. Ich habe nicht mal die Hälfte. Ey, die Topstars, mir fällt es keinem mehr, wenn die Topstars wird. Der Hohn und Brammergad herumscheißen eigentlich, wobei doch! Aha! Ricky Steamboat War kein BG, geil Geil, Macho Man, Hulk Hogan Ähm, Roddy Piper Das gibt's nicht! Schreibe ich die falsch, oder? Bobby Roode Das war's, glaube ich, aber nie Robert Roode I don't know, Mann, Digi Robert Roode Boah, fink dich doch The miss Jetzt Carrying Cross war nie Jinder Mahal Keine Sau hier mal checkt Warum? Danke Oh my god, Leute Ich muss irgendwie zu den fackigen Andere Gegnern gehen, oder? Muss ich da noch mehr, oder? Boah Ätsch Das ist nicht für Kekspinner, Digi Boah, fick dich doch, ey, cool, ey Matt Heidi war nie einer, glaube ich Ne Boah, Jeff, Matt Edge, Kane Die ganzen Dudes Sean Was ist das? War Diesel einer? Alter Infra Warte mal, Daniel Bryan Irgendein Heel-Turner, so ein Scheiß Jawohl, Coffee Mania Hammer Boah Ich hab auf jeden Fall mal genug, okay Boah Ganz früher, ich hab keine Ahnung Das sind irgendwelche Legenden, ist mir schon klar, aber wer Wer soll das alles sein, ich hab keine Ahnung 2022 Fällt mir noch irgendwie da Fällt mir noch ein Ich, 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 ich entwickle nur 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 alle Leute durch Also die, die Eh, die E- der Etihadischen Stars, ob die Bobellas zum Beispiel, äh wird's eher nicht sein Oh, Gott Brock, Gunther Sean, Seth DIN, Reigns, Trooper 8, habe ich Trooper 8 schon, ja, jetzt hänge ich, glaube ich jetzt hänge ich, ja eineinhalb Minuten noch, okay, ist aber okay, ist aber okay, irgendwie, ich bin nicht gespannt, dann, ähm, DIN, Diesel, DIP, Hup, Albert, ah, fuck, ALBER, fuck, also btw, wenn ich hier oben so rüberschaue, lasse ich den Stream laufen, und das war das Parallelix von Interdeleg, oh mein Gott, DUDE, 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 ich weiß es nicht, mir fehlt keiner mehr an, ich werde aber nicht auf aufgeben drücken, weil, ich weiß nicht, ob dann, oder, scheiß drauf, Aufgeben, okay, nice, ALLE IMM, Läslich, ja, natürlich, ja, sehr, Big Show, wie, ach, dies, ach, der RON, ja, jetzt, weil ich dies lese, ist natürlich, Ray, komplett vergessen, Seamus Eddie, Kurt, Buddy Rogers kann ich nicht mal Ivan Kolov kann ich nicht, Petro, irgendwas kann ich nicht Stan kann ich nicht Iron Sheik war auch mal Uchimil war er Ist ok, ist ok OILA OILA, ja die älteren halt ManCat? Ok Steve, klar Boah Aber War in Ordnung Ok, so, was ist das? Was war das andere mit WWE? Die Signature Moves, ahja Ok, dann machen wir das nochmal Und dann machen wir Von Matt Reagan her Stelle auch geil Dann machen wir irgendeinen Pfff Random Scheiß, nicht immer Wrestling So Wir starten Pass, du es Roman Reigns Signature? Die meinen Finisher Die meinen Finisher Geh ich mal davon aus Curbstomp Chris Ben Ok KOD Crowley Rhodes Crossroads Kevin Ja der hat mehr Ok, Stunner Pass Schinski Keen Schassa Ja Liv Oblivion Austin Fury ATL Gunther Ja super Ja doch Last Symphony Nackenklatscher Tyler Tyler Abate Tyler Ne, das weiß ich 97 war gleich wie mein 100% Dankeschön Ist nicht Signature by the way Es ist Finisher Aber Tyler Aber Tyler Weiß ich Weil das ist 97 Wo er geboren ist gleich wie ich Deswegen kann ich mich da merken Huh Stunner Kinshasa Oblivion ATL Last Symphony Ja theoretisch Das ist eigentlich Rider Trunks Na gut Ok So Jetzt irgendwas Random Allgemeinwesen Ich hab kein Bock Ich hab gar kein Bock Einfach Puh Alle Lande Länderflaggen Hm Komm scheiß drauf Wollen wir das Jetzt werde ich mich eh so blamieren Das weiß ich eh Ich weiß es Oh Achso Ich fände direkt an Geil Was Ich weiß was United States Of America Oder was Was ausschalt die scheiße Amerika Hä Hä Cool Warte mal United Kingdom Hä Großbritannien Ist das also Deutsch Oder was Großbritannien Ah ich muss mal kurz aufgeben Ich Warte mal Ich verdeck die scheiße Warte mal Warte mal Was war denn die scheiße jetzt Kanada Hä Kanada Aha Hä Warte mal Ich Warte mal Warte mal Was will der von mir Vereinigtes Staat Ich hab Kanada geschrieben Beide wohl Vereinigtes Königreich Große Alter Musik Okay So Vere Vereinigtes Vereinigtes Königreich Königreich Ich kann es irgendwie machen Äh Repeat Repeat Wusste ich das Deswegen war Deutschland hier ein bisschen gedingst Deswegen war es äh äh so gelb Oh du Schwein Was mach ich wenn ich nicht weiß Was mach ich dann Ich glaub ich spinn Unite 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 States Einigtes Königreich Kanada, Kanada Leck mich am Arsch Ich weiß nicht, wenn ich es nicht weiß Du Schwanz, weil da fängt es ein bisschen... Äh Äh Ne Doch Oh Gott Na jetzt wirds gerade kritisch Das nächste wüsste ich Was ist denn hier eigentlich? Aha Hilfe Was ist passiert? Aha Aha Ist ja schon, wenn ich mehr sie verspielen könnte Irgendwie Ah doch! Ach so! Hmm Oh mein Gott weiß ich gerade überhaupt nicht F*** dich Italien Italien Ist das nicht Italien? Das ist Italien Oh Okay Äh 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 Boah Pfff Pfff Nein nicht Das ist Das ist Korea Jetzt habe ich ihn Jetzt habe ich es raus Korea Hä? Südkorea Pff Pff Wenn nicht das und das Keine Ahnung Keine Ahnung Pff 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 Standardlänger Brasilien Scheiße Schweden Scheiße Griechenland Ich weiss Ich weise ß das Paar Duz Z scared Tod lachen vor vor dem PC O Gott Warte mal Warte mal Das habe ich mich schon mal gesehen Irgendwie Irgendwo Das ist China Ja Das nächste Keine Ahnung Jerusalem Jerusalem. Jerusalem. Scheiße. Echtes? Jerusalem. Fuck off, ey. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Schweiz? Weiß ich nicht. Indien? Äh... Australien ist eins von den zwei sicher. Australien. Australien. Aus... Australien. Okay, dann ist das andere, weiß ich nicht. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt geht's aber komplett los, Alter. Boah. Jetzt... Man merkt das, wie ich jetzt gerade... Ballert hoch. Jamaika. Jamaika. Mexiko. 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 Wo bin ich? Mexiko. Wo bin ich denn? Ach da, unten wieder. Du schwein, du schieres Alter. Da ist er hier. Boah, fuck, fuck, fuck. Das ist jetzt alles mit Irak, Iran und... Keine Ahnung, was das ist alles genau, muss man sagen, oder? Schaut alles gleich aus. Okay. I... Iran... Boah, ja. Alter, Argentinien ist hier irgendwo. Ich glaub das, oder? Argentin... 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 Argentinien. Ich kann's nicht schreiben. Hä? Argentin... Ich schreib Argentinien. Argentinien. Ich glaub jetzt hab ich's richtig, aber... Es ist falsch. Ah, okay. Boah, da bin ich raus. Das ist nach Kroatien. Oh mein Gott. Oh, tt 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 tt. Also ich seh's ja gar nicht mehr, wo ich bin hier. Hier bei dem Scheiß... Boah, keine Ahnung. Boah. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das... Also... Okay, Flaggen sind doch ein bisschen sehr heavy. Okay, äh... So, ich sag mal noch kurz kurz. Ich sollte auf jeden Fall aufgeben, das Ding weil so viel Stubeis jetzt hier... Spanien? Nice! Sagt mir auch was! Aber ich komm jetzt nicht drauf, glaub ich! Nechiko Aber was ist das? Was ist das? Das ist doch Jerusalem oder gibt's nicht Jerusalem? Gibt's das aber nicht? Nein Gibt's das nicht? Anscheinendlich ja nicht Bin ich gespannt dann Hab ich Schweden schon? Schweden ist doch auch irgendwo Schweden muss doch auch irgendwo sein Also ich hab's schon, kann auch sein, weiß ich nicht mehr Schweden, Schweden, Schweden Du? Schweden verflucht Was ist das? Italien ist es nicht Wo kommt die Russen für Bulgarien? Bulgarien Gut! Russland? Was ist das? Du? Nein Die keine Ahnung Die keine Ahnung Äh Aber ich check das check ich nicht Pfff Pfff Okay Verkauf So Was ist das hier was? Achso Frank Niederlande 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 Madagasker Bulgarsk Bulgarsk Elfböck Griechland Ja Dänemark Ja genau Wo ist dieses Verk... Israel Zypern Gibt davon gar nicht hier Neuseeland Nie im Leben Nigga Keine Ahnung San Marino Ja das hab ich schon mal gehört Und gesehen auch Tunesien Keine Mucken Süd... Ah Südafrika Ja deswegen Ja Saudi Arabien Äh ja Hätten man draufgekommen Ist das Österreich? Ich dachte die Scheiße sind Ist zu klein und so weiter Geil Ich hätte ja mal ein eigenes Ding singen Mitleben Ne ich dachte nicht die Die Abstände sind zu Zu klein dass es irgendwie nicht passt Aber gut Anscheinend Das war zu erwarten Dass so ne Scheiße passiert Okay That's alls So warte mal Was gebe ich denn hier Scheines sonst? Länder der Welt Quiz Hauptschilder Quiz Länder der Welt Quiz Wird so ein Dutch Schilder sein? Wie viele kennen sie? Och hör auf Nicht so ne Scheiße Warte mal Ach so ne Scheiße Ne sowas gebe ich mir jetzt nicht Aber auf gar keinen Fall Sowas will ich jetzt nicht Ich will Fragen Nicht Pokémon fragen Da kennen mich nur aus Äh Welt Länder Europa Alter gib mir einfach ihm Quiz du Knecht Zufälliges Küss Ja zum Beispiel Kube So war das auch Nie sowas Länder die Deutschen schlagen Das Boah Ne Das bist du Von R1 Ganz sicher Ländermrisse auf einer Weltkarte Wett Oder Länder nach Satellitenbild Zufälliger Modus Zufälliger Modus Vorgeheben nicht Ja vorgeheben nicht gespielt Ja toll Alle Quizes Ja keine Ahnung Länder Europas Länder Europas vor dem zweiten Weltkrieg Auf einer Karte Alter Hör auf mit Doch Schöne Mathematik Klemmt Allgemeinwissen Okay Äh Für Wir werden mit 1 Allgemeinwissen einfach 1 Ja danke For fucks sake So Damit kann man leben Glaube ich halt Ich werde mich so probieren Ich werde mich so probieren Verdammt Boah Uhhh Da fängt schon an Mount Everest Danke Eindeutig schon mal Welche US-Bundesstaat hat die meisten Einwohner Welche US-Bundesstaat Boah Was für eine Scheisse Washington Jetzt ist das ist jetzt Das Moment wo ich meine dass es peinlich ist Welche US-Bundesstaat hat die Scheisse Mick Jagger ist Liedsänger welcher Rockband Mick Jagger Er ist der südlichste Land in Afrika Uhhh Wie werden mehrselige Tiere ohne Wibrezel bezeichnet? In welchen Fall wird das Phil von Eisbären? Bitte leben Ja Er war der erste Afro-Karmisch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Äh Äh Das ist wieder die Buchstimme und schreib Gott sei Dank Es ist ein lange Genscher als Königin von England begann Was Für dich halt, oder? Gott sei Dank Von welchen Zeichenzeug Charakter stammt der Ausruf Yabba Dabba Du Uhhh 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 Wanne Göttle, ich leg mich im Arsch leider Weiß der populärste Sport, ich kann ja danach Zuschauerzahlen Ich hab nur das im Kopf, keine Ahnung warum Ich hab nur das im Kopf, keine Ahnung warum Ich hab meine Scheiß Quicker, wie schaut man denn im Dreck Pazifik Einsthaft Fuck Ist das nicht das? Uhhh Welchem Ozean liegt Sri Lanka? Geht einfach allein Pazifik Atlantik 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 Pazifik Atlantik Äh Gut Da fängt der Herzen auf Leck mich Alter Welcher Europäische Entdeckerladen Vierze Alter, geht davon Garry Dinger Stammen sowohl Crocodile Dundee als auch Crocodile Hunter Ich hab keine Ahnung Das erste Element des Periodensystems Oh mein Gott Wie heißt der Und des Vereinigten Königreichs? Best Dings in Kanada Rugby Rugby, sicher nicht Ah Wie heißt die 1980 erschienene Fortsetzung von Krieg der Sternen Star Wars Das Imperium Holy smokes Digga Welcher US-Bönisch hat die meisten Einwohner? Ich weiß es nicht Wie werden mehr zählige Tiere ohne Wirbelsäule? Amphibien? Amphibien Ja, nicht wirklich Südlichste Land Südafgeteisen Kommt ihr denn, du Knecht Guck Guck Wer braucht laut der Bibel die 10 Gebote zu den Menschen Oh mein Gott Ha Gute Frage Hände sich am nächsten zu Sonne? Welcher Planet des Sonnensystems? Wer brachte laut Bibel die 10 Gebote der Menschen in Israel? Ich bin nicht Ich wollte nicht beenden, for fuck's sake Okay, egal Wie heißt die Abschluss von Griechenland? Athe... Moa gibt da freiheit Rolex-Dones, ja okay Südländer... Wincy Church In ihrem Leben, Alter Christoph... Ah, der, der... Okay, ich merke schon, mein Hirn ballert jetzt ganz schön bei dem Mal, Alter... Wie... Wie haben wir eine halbe Stunde, Alter? Geht davon gerade hier Gut, machen wir noch eines Dann bin ich aber komplett raus Dann kann ich mich nochmal richtig planieren hier Also allgemein, allgemeinwissen ist nicht so geil Nochmal ein bisschen so runterkommen hier Machen wir noch einen BW-Quiz Fuck off Allgemeinwissen Allgemeinwissen Universal Champions Ha Aha 36, 20, 21, 22... Ähm... Pfff... Ähh... Wobei auch was anderes ist ja nicht gut PSGames? Keine, was das heißt? Ne! Ähh... Games überhaupt Warte mal Games on Cover erkennen Genau da war was, was ich gestern gefunden habe Das machen wir Stimmt, stimmt, das machen wir Das machen wir Da gehen wir jetzt auch raus Skyrim Oder auch nicht Hä? Das kann ich nicht Wie ich habe es vorher geschrieben Fuck you Ähh... Ich glaube, auf groß und reich sein Kann ich echt drauf falsch mal das sein Call of Duty Was laberst du? Hä? War da ein Warfer? Was labert der Mensch? Ich habe keine Ahnung, was der Schmerl will 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 Ähh... Ne... 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 Äh... Fuck... Wie heißt es jetzt? Landwirtschaftssimulator landwirtschafts simulator legt mich doch legt mich es ist bestimmt das war einmal das black ops ich stecke es nicht das sieht mir aus wie battlefield alter warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz das ist selda wo sie es mit dir legend of selda halt das ist black ops das ist black opfer das erkenne ich kann ja welches aber das ist 100% richtig das ist eine gute frage das ist minecraft weiß ich nicht äh god of war wahrscheinlich auch welches ragnarök eigentlich schon god of war ragnarök keine ahnung ernsthaft er muss ich das ja auch wissen tut er äh reicht witcher da uncharted das ist vier jetzt bin ich mal gespannt ob uncharted normal reicht natürlich nicht the last of us the last of us äh d ja was weiß ich was das für ein teil ist t 1000 dude i don't know hä nicht pacman wie ist der scheiß pacman ist das nicht ist der dieser typ keine ahnung äh fallout 3 junge das ist fallout das ist fallout 3 in meiner welt oh mein gott das ist irgendein mario kart wahrscheinlich oder nicht ok farcry 3 keine ahnung irgendein dinosaur das ist niemals gerasic world oder dachte ich mehr ok das sieht mir aus wie dieses arschloch spiel danke keine ahnung äh resident evil 4 boah dragon age irgendwas hab ich nie gespielt keine ahnung das ist valorant dein ernst das ist valorant oder das ist das andere boah keine ahnung oh gott keine ahnung mhm äh borderlands ja super sims irgendwas halt sims 1 2 3 4 ok was ist das das boah keine ahnung wie ja super fifa fc i don't know das kann doch irgendein sitz sein fifa fifa 19 was weiß ich wer der so am cover ist 17 aha cool geil aber ich muss jetzt ehrlich sagen warte black flag ich bin das ist komplett ja danke cyberpunk scheiße 2077 ja irgendein gegen glaube ich eh hog 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 leg sie keine ahnung keine ahnung keine ahnung ok ich habe nur fünf Minuten gut warte mal jetzt gerade ein vogel also nein ich dachte gerade wenn man an der kamerad das hier irgendetwas komplett falsch läuft Ich hoffe mal, dass man das Scheiß sieht und mich auch, Gott, weil das wäre echt ein bisschen Scheiße. Ich kann die ganze Aufnahme wegwerfen. Boah, 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 was ist das? Rucksack, boah, ich kann immer auf Pac-Man, aber das ist nicht Pac-Man, for fuck's sake. Und das ist halt ihr Mortal Kombat. Mortal Kombat. Elf? Ähm, da ist halt elf. God of War. God of War 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich schreibe einfach falsch, ich schreibe es einfach falsch. Ragnar, Ragnar, Röck. Wie soll ich mal sonst schreiben? Das ist Ragnar, Röck. Keine Ahnung, der will von mir. Und diese Battlefield-Kacke und diese Call of Duty-Kacke machen mir auch wahnsinnig. Die Call of Duty, dort habe ich. Die Legend of Zelda, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda. What the fuck? Hab ich immer Valorant? Ich hatte das hier zuflexier. Fortnite, wo ist hier? Das ist Valorant, oder? Ja. Aber das sagt mir auch irgendwas. Irgendwas sagt mit der Scheiß. Hab ich kaum nichts drauf was. Ich kenne das Bild, ich kenne das Bild. Ich muss mir das richtig anfangen, wenn ich das dann die Erlösung weiß. Und bei dem auch. Weil das ist irgendwann mit 1900, glaube ich, oder so. Das ist also Battlefield 1. Das ist ein Battlefield. Ah, okay. Wer ist das? So, und du, Scheißding, bist ein Call of Duty. Call of Duty. MW. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. God. Good. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Wii Sports? Okay. Gute Frage, gute Frage. Aber das mit Zelda check ich halt überhaupt nicht. Ocarina of Time gibt es ja, wie schreibt man das? Zelda? Ich habe keinen, wie man das schreibt. Ocarina of Time? Keine Ahnung. Vielleicht ist es mal Zelda, Alter. Doch, das ist Zelda. Boah, keine Ahnung. Okay, Black Ops haben wir, da bin ich schon mal froh, aber das mit God of War check ich nicht. Das check ich nicht. Das kann Forza sein? Forza? Horizon? Oder nicht? Oder ich schreibe es falsch. Irgendein Rennspiel, so weit kann ich mir schon denken, aber... Dude! Sackboy. Was ist der Sackboy? Das gibt es nicht. Dark Souls? Irgendwas? Irgendwas mit Dark Souls? Aha, okay, da wären sie das. Das peile ich auch gar nicht. Ist das auch irgendein Renngame? Die drei letzten Dinge habe ich gar keine Ahnung. Kenne ich wahrscheinlich nicht mal. Ist das Forza? Horizon? Ein R vielleicht? Nein. Ah, ein Minutes noch. Okay. Okay, okay, okay. So, dann geht der Scheiße auch schon. Ah, 43 Minuten. Moin, Alter. Das ist mal ein heavy-shit-scheiß. Dark Souls habe ich hier. Und hier wäre dann... Dragon Slayer Souls? I don't know. Dragon... Souls. Keine Ahnung. Aber ich komme... Ich habe es auf der Zunge, diese Scheiße. Hier, haben, wo? Das werde ich mich richtig erinnern. Ich habe das Bild vor der Fresse, aber ich komme... Ich komme immer nur auf Valorant. Ich komme immer nur auf Valorant. Ich komme nicht drauf. Ich habe es auf der Zunge. Okay, 10 Sekunden. Ich komme nicht drauf. Du Scheißdinger, Alter. Wo ist die Scheiße? Fuck mich ab. Overwatch. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber... Diablo, Traum, Goats wäre es nicht drauf gekommen. Halo, aha. So, warte mal. Wo, 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 warte hier. Okay. Landwirtschaftssimulator 2... Genau, muss. Genau, wie ist das? Ja, wäre da eh klar. Stardew, kein Niemal. Okay. Weesboy, er passt. Das ist LOL. Alter. PUBG nie im Leben, Alter. Also, das Bild ja, aber... Das wäre auf das Video gekommen. Animal Crossing... Nur Horizons, kann ich nicht mal. Also, Animal Crossing, ja, aber nur Horizons. Red Dead? Zwei? Ernsthaft? Alter. Rainbow Sixier, okay. Naja. Legend of Zelda, aber... Breath of the Wild. Mata me, Alter. Dota, keine Ahnung, kann ich nicht. Elden... Das ist Elden Ring. Aha. Apex Legends. God of War 18? Das hätte gereicht, das scheiß, das scheiß, ja, also der erste Teil halt. Oh, das ist doch ein Need for Speed. Rhyrus, aha. Battlefield 4, was habe ich hier herumgekurvt, keine Ahnung. Boah, die sind aber auch genau. Little Big Pill... Mhm. CSGO, aha. Sag ich doch Mario Kart Deluxe, ja, super, das genau weiß. Arcs, wenn ich nicht aufgekommen, Alter. Ja, Diablo Overwatch. Age of Empires. Nie im Leben. Halo, theoretisch, aber ne, eher nicht. The Forest Never Forza Horizon. Ich sag's doch, aber halt in einem anderen Teil. Assassin's Creed Unity soll dat sein? Okay. Rass kenn ich nicht und Terrar... Terrarra? Terraria kenn ich. Nicht Terrarra. Holy shit, holy shit, holy, 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 holy shit. Okay, es war doch schwieriger als gedacht, aber es ging. So, jetzt try nur kurz, ob es welche Games es sonst noch gibt, aber ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Aber, es ist Creed Games, Top Steam Games, Top... Ja, okay, gut, das sind doch Teile der Hangar, wir haben ja bitte nicht. Ja, Games einfach, manchmal Games. 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 Aha, so was, so ein Games-Tingsbums, aha, okay. Ja gut, da schau ich mich vielleicht noch ein bisschen um, dass man hier beim nächsten Mal... Ich glaub ja, ich werde das jetzt ein bisschen öfter machen, dieses Quiz-Tingsbums. So, wieder verschieden, so allgemein scheiße und so, wo ich mich auch auskennen, so Wrestling und so, halt nur Games. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von mir mit dem Video. Da ging es ja verflucht nochmal lange, oder wie lange geht das Scheiße? Fast eine Stunde, wette Leben. Gut, dann würde ich sagen, ich bin raus, wir hören uns wieder. Ich hoffe, es hat alles geklappt mit der Kamera, mit dem Sound, alles Mögliche. Haut rein, bis denne, ciao, ciao.